Was öffnet meine Musik? Meine Musik öffnet deinen wahren Wesenskern und meine Musik öffnet dich hinein in deine innere Welt, die in dir im Verborgenen liegt. Sie öffnet dich für dein Herz und für alles, was in deinem Herzen liegt. Und sie erinnert dich an deine Kraft, deine Zartheit und deine unbändige Liebe und Größe in dir. Und die Musik kann es nur öffnen, wenn ich selber es schaffe, dass das in mir da sein darf. Wenn ich mich hinsetze vor den Menschen und meine Größe da sein lasse, meine Zartheit, vielleicht auch meine Unsicherheit, Angst, Nervosität, alles, wenn mein Wesen sich ausdrücken darf. Das ist für mich unumgänglich, wenn ich Räume öffne, wenn ich Konzerte gebe, wenn ich Musik mache, weil ich weiß, dass in meine Musik alles von mir hineinströmt. Und wie könnte ich mir wünschen, dass sich alles in den Menschen öffnet, wenn nicht alles von mir da sein darf. Und das fühlt sich sehr nackt an und sehr echt.